Dettetttettt Gittletheer, was is für du? Pummm zum Speedう wrap Ich hab keine Boots mehr ja, ich auch nicht Aber es ist nicht mehr lang bis zum nächsten Bench ich muss mir das so vorstellen Ich wollte gerade schon sagen, woher weißt du das? Sieht lustig aus da unten. Ja. Ich muss ja so durcheinander fahren. Oh, hi! Ah, ich liebe das. Was? Noch einer? Wow! Bleib mal weg hier! Oh, ich hab so'n Voll-Voll-Ding. Au! Aber du hast jetzt auch eine Telemetrie, oder was? Ich hab jetzt auch eine Telemetrie, ja. Ja. Repetieren wir, oder? Ja. Wie gedacht's. Du auch? Nee, ich hab den weggenommen. Okay. Mach das auf laut zurück, lieber. Du musst unbedingt wissen, wie die diese Saums gemacht haben. Ja. Ey, du suche mal aus. Jetzt haben wir wieder einen. Echt? Ja. Cool. Ding-Ding-Ding-Ding. Hier ist nichts. Nee. Hier oben nicht mehr. Äh, Servierung? Da. Gut. Ich hab noch einen Aufzugabsatz gefunden. Aber immer noch keine Winde. Alles okay? Bis jetzt schon. Wir sind jetzt beim Käfig. Es ist ziemlich gefährlich hier oben. Ich hoffe, ich finde bald deine Winde. Isaac, sei bitte vorsichtig. Ich will nicht Robert und dich am gleichen Platz verleeren. Ripcord. Danke, Ellie. Ripcord. Cool. Aber wenn sie morgen erst sterben, wär das okay mit ihr. Ja. Ich mein, dann haben wir ja unsere Aufgabe erfüllt, ne? Hm. Wollen wir es mal laufen? So einfach ist das. Ähm. Was wollte ich genau? Kurz gucken, was die Ripcord ist. Das ist die Säge. Genau. Ich wollte wissen, was die kann. Oh, die kann bloß... Regeln vorher. Ja. Boah. Schwierende Sägen und fliegende Sägen. Sonst nichts. Ja. 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 Jetzt echt jedes Mal Und nochmal klettern Macht ja so viel Spaß Da haben sie sich gedacht, so jetzt haben wir das Feature extra da für den Hückel Jetzt machen wir es gleich fünfmal hintereinander Ja, macht ja so viel Spaß Oh, cool, bam Na, hüpp Hüpp, hab ich gesagt Ey Was ist das jetzt? Weiß ich nicht, die haben sich immer seitwärts bewegt, ich weiß nicht warum Ah, ja ich bin auf jeden Fall gestorben, weil mich irgend so ein Fels umgerannt hat Hey Da fand ich es Komisch Warte, dann kannst du was gemacht ey Hüpp, bin ich jetzt tot Äh Weder W- Krumm Das ist schwierig Warum hat der da drü- nicht rüber gepasst, meinst? Machen wir mal andersrum Wie dumm auf die andere Seite vielleicht Wutsch denn nicht? W- 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 W' W- 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 Also Timex Das Ding hab ich nur gerührt. Du sollst hier vielleicht nichts aufheilen. Ah, nö. Okay, jetzt weiß ich schonmal wie. So, und dann das Ding hier verdammt. Um auch wenn man jetzt die Zwischendinge verlangsamen kann, den nicht explizit starten. Was? Naja, du hast das Ding berührt. Oh Gott. Ich war auch mehr so ein Meter von entfernt. Ja, das ist das Ding. Äh... Schlecht gemacht. Was ist das Ding? Ja, ne, aber so ein Meter Abstand... ... sollte eigentlich schon drin sein. Ach komm. Du Kackler. Du Kackler. Na ja. Durch. Ahahahahaha. Knapp aber passt. Durch. Oder jetzt. Ah. Oh, ich hab schon gut gespeichert. Ist es gut oder ist es schlecht? Da fangen wir diese komischen Erzwellen hier überall. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Du hast von uns abhegeweite, die man jetzt nicht so wegäst. Rotflinte. Gurkschrothflinte. Guck mal, das genauer. Guck mal kurz. 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 ich finde gefunden schalte sie jetzt ein alle festhalten reden sie mit mir und sehen sie nicht nach unten was kommt als nächstes naja wir wissen jetzt dass wir eine art schlüssel brauchen um die maschine abzuschalten die forscher nannten ihnen den okay wir müssen einen herstellen und wie machen wir das wie sie es vor 200 jahren gemacht haben nur eine durchgeknallte sicher um von den lampen umleiten ja ich will mal dann erzählen sie mal von dieser rosetta naja wir wissen nicht viel nur dass der kodex aufgrund ihrer forschung hergestellt wurde wo finden wir ihn denn in der einrichtung an der spitze dieses berge über sehen sie wir sind fast fertig okay ich hab 50 weggenommen 770 drauf perfekt und jetzt wieder das ding anschmeißen oder wie scheinbar ne das läuft na das ding na du dich oh ok da da war doch gar nicht so schlimm oder ich habe den ganzen weg über geweint ich bin endlich festen boden unter den füßen ja die nächste ist weg scherz scherz es ist zu schwer nein nein scherz zieh mich vor das zieh bitte d s w hat es ist zu spät da ja 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 Die Himmel ist auch schlecht. Alle tot. Game over. Mach mal was neu. Isaac? Sie ist tot. Allie? Nein, Isaac. Die ganze Felswand rutschte ab. Du hättest sie nicht retten können. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Ja, ich glaube, es gibt einen Weg über die Seite. Ach, natürlich bist du mit runtergefallen, ne? Ja. Ich muss sagen, die Schreie waren schon. Hui. Gut gemacht. Oh, das schaut mit Bosskampf aus. Ne, ne. Es ist eine Seilwinde. Und ein Bosskampf. Ne, ne. Es ist nur Seilwinde, ne? Ja. Nein, nicht mit dem Boss. Doch, mit dem Boss. Da macht's ja meistens Spaß. Griss. Ne, die Packs. Mann. Wie soll man da ausweichen? Oh. Ah, stimmt. Ich vergesse das jedes Mal. Dass wir Stase haben. Hier hinten gibt's was. Was? Nein. Versuchen Sie das Min zu den Laser zu locken. Laser? Komm her, Schatzi. Komm her, Schatzi. Kommst du? Ja, geht für dich. Komm her. Komm her. Komm her. Feinden Sie kurz hier. Komm her, zu laden noch schießen. Scheiße. Wir müssen die Schnur anziehen. Das Leben weint sich sonst. Ah. Wann machst du? Versuchen zu den vielen zu kommen. Und nochmal. Und nochmal. Ja. Aber wie ich das gerochen hab, ey. Hab mal. Okay, jetzt weiß mal ja was geht. Jo. Ich werd das gleich mal stausifizieren und hinlaufen. Gut, wo da war's drin? Dankeschön. Ah, jetzt glaub ich. Hä? Wo ist das Ding? Da hinten noch. Hey! Machen Sie diese Harpunenkanonen mit dem Generator wieder flott! Ah, da ist es. Ja, ne. Ich hab nen Generator gesucht. Und jetzt mal. Versuchen Sie das Spiel zu den Lasern zu locken! Komm schon. Achso, ein bisschen. Bisschen da her, ja. Na komm. Guck mal her. Ach, scheiße. Wir müssen die Schnur anziehen! Das Fiebe beeint sich sonst! Töte erst die Gegner. Was machst du hier? Du musst auf die andere Seite! Geht nicht, da ist Rot! Achso, okay. Und jetzt? Was? Immer noch. Ah, okay. Wahrscheinlich müssen wir's mehrmals fütten. Da komm her. Doch. Jetzt geht's, oder? Ähm, nein, sie sind nur noch rot hier auf der Seite. Jetzt! Eigentlich. Ja, gut, ne? Guck mal's. Ah, wenn man in der Cutszenen fast umgebracht wird, ja? Also... Wo ist das Kino? Achso, wie es sein muss. Ach, das Fiebe kann man gar nicht zertreten. Menno. Ja, hör mal. Die sind noch nicht mal ein Rackdoll. Der so massiviertes Teil ist. Unnötzt dich. Kann man schon mal rumschieben, ey. So. Nimm Peter mit. Ja, das ist Ressourcen. Okay. Meißig Kisten auf dich. Auch immer hier Ressourcen im Boden sein sollen. In dieser Kleinsuche, wo er da reinkommen soll. Ach egal. So. Dann mal weiter hoch. Hm. Äh. Äh. So. Okay, ja. Na. Erstmal nachladen. So. Jetzt. Vielleicht keine schlechte Idee. So. Jetzt. Ich bin dran. Hey, du bist ein guter Mensch, Isaac. Du hast getan, was du konntest. Hab ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Es tut mir so leid. Hier muss es sein. Aber wie zum Geier sollen wir diese Rosetta finden? Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen, nach Akten, irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Okay, hier liegt eine Upgrade-Platine. Oh, bei Schaden plus 1. Ah, jetzt haben wir schon die 2 plus 1. Das ist gut. Ja, war klar. War so klar. Ach, nö. Natürlich ist sie oben und wir unten. Ja, alles okay. Ein Zufall schon wieder. Ja, aber es ist effektiv Nacht. Hier boomert irgendwas ganz technisch. Ja, hier ist gerade ein Deposit gewesen. Ja, das war's von mir. Ah, okay. Fahrgegner noch. Oh, genau jetzt muss ich nachladen. Ne, ich hab meine Schwere. Hier. Hier. Die zerfällt so übel. Ich seh's. Ah, schön. Vielleicht mal eine neue Weltkriegungswache. Machst du. Wollte dich anschießen. Also sowas. Hm, das sieht gut aus. Geht auch hier lang, gehen wir unten lang. War nicht nur ein zweiter Weg, wenn mich ich hier erinnere. Ein zweiter was? Ein zweiter Weg. Hier unten. Ach so, jetzt sind wir hier oben. Ja gut. Aber sie ist ja vorgefahren. Also. Na ja. Die Türen sind aufgewogen. Das klingt schon mal gut hier. Verriegels, natürlich. Ja, schön. Ja, ne. Schaut aus wie ein Markerkopf. Oder? Ja. Ist ziemlich sicher einer. Ja. Sind überall welche. Mann. Ja, das ist nicht gut. 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 zu unseren Schiffen. Achtung, es sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt! Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Schickt mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Codex bauen können, bevor Danik uns findet. Nope. Stimmt nicht. Äh. Karte. Von hoch. Ja, man sieht nicht, wie man jetzt hier steht da drauf. Zu, zu, natürlich zu. Ecken. Schön. Jetzt weiß ich, wie das Spiel geht. Kurz. Muschelspiel. Hä? Ist lange auf rot geblieben, oder so? Aber die letzte Scheibe zeigt gar nicht an, wohin. Ach doch, hier. Na, okay. Ich guck mir, das ist häcklich. Jo. Es ist häcklich, das ist häcklich, ja. Wie wollte die? Hallo. Ach, Anzug! Anzug! Nein. Legionärsanzug, oh ja. Den zieh ich mir jetzt an. Ich ja. Nix. Wie war das da? Ah, ist das geil. Darfst du helfen? Nein, ich hab's. Alles gut. Okay. Helfen Sie mir! Okay, vielleicht doch. Alter, was sind denn hier für viele? Alter. Kackt ab, ihr Messviecher. Erb. Erb. Ja, es geht grad nicht. Alter, ich war grad... Fairness. Hättest du nicht eine Sekunde später sterben können? Nein. Also, da sind noch Bücher. Die laufen irgendwie hier querwet. Ich hab's ganz schön lange zum Aufladen, ey. Ne, wie hat's mich erwischt? Ach, ich seh die ganze Zeit... Hä? Richtig? Nein, ich stand doch grad noch. Ei. Ach, okay. Luss. Kopf abgerissen oder wie? Ne, einfach umgefallen. Okay. Ich will jetzt mal tot sein. Wahrscheinlich so'n Vieh bei dir in den Kragen getroffen oder so. Musste ich ja jetzt schnell vorher töten, ey. Oh, jetzt hackt mir irgendein so'n kackviele Bein so. Lass mal hier in den Eingang gehen. Ja? Ist besser. Oh, ja. Okay. Oh, jetzt lebt es viel immer noch. Oh, nein. Das war's. Fertig? So, Anzug. Gut. Hier ist Anzug. Ja. Ja, schon geschlechter. Möcht auch. Ja, Moment. Nur noch kurz die letzten Dinge hier upgraden. Ne, sie hab' ich voll. Stase hab' ich fast. Mal umsehen, umziehen und ich da doch was. Ach, hier ist noch ne Bank, okay. Gucken wir ja nicht so oft, ne? Nö. So, jetzt kannst du. Gut. Guck mal nen neuer Anzug. Hat was, ja. Wie sieht meine denn aus? Ausgangsüge massige Panzerung und so weiter. Ist bei Historikern heiß belebt. Ah, ja. Hm. Ja, aber ist anscheinend ganz ähnlich. Alles eingekauft. Moos. Hm, was? Du, Fiona. Hä? Sieht komplett anders aus. Ja, nö. Auch vom Helm. Ja gut, der Helm ist ja eh anders. Und auch die Schulterpflanzen. Ja, sehen wir anders aus. Sie stehen bis was mehr ab als bei dir. Ne, andere Frage. Ja, egal. Ja, ne? Gut, reicht für heute. Ja, reicht für heute. Hehe. Bis zum nächsten Mal. Obba diri.